Es geht weiter rund um das Thema Küche und Haushalt. Gerade der Haushalt, der wird jetzt hier wirklich groß geschrieben in der nächsten halben Stunde. Denn da, man macht eine ganze Menge Dreck. Das kennen Sie vielleicht, dann wird mal gekocht in der Küche, dann fällt was runter. Dann trägt man natürlich auch Schmutz von draußen in die Wohnung rein. Und der macht sich leider nicht von alleine wieder weg, beziehungsweise der Boden wird nicht wieder sauber. Was machen Sie da? Ich bin mir sicher, Sie zücken Ihren Staubsauger einmal aus dem Raum raus, beziehungsweise vielleicht steht er im Keller. Und dann ziehen Sie den erstmal durch die komplette Wohnung. Und Sie wissen, das verärgert einen wirklich richtig. Warum? Weil man von Ort zu Ort weitergeht und gegen alles haut, was da so im Weg steht. Sei es zum Beispiel Vasen oder vielleicht auch Kanten, Ecken, Türen, die Sie treffen. Und dann werden Sie natürlich richtig sauer. Mir geht es so und ich möchte da Abhilfe schaffen und habe geschaut, was gibt es denn für eine Lösung, das Ganze einfacher zu gestalten. Da ein bisschen durchatmen zu können und zu wissen, wenn ich staubsaugen muss, dann weiß ich, ich kann eine Menge Kraft sparen. Ich kann Zeit sparen und vor allem meine Nerven. Tolle Produkte, die wir haben zu TV-Sonderpreisen. Und beginnen tun wir mit einem 2-in-1-Staubsauger. Das ist ein besonderer Staubsauger, denn das ist alles. Normalerweise kennt man das, man hat einmal vorne hier die Bürste, man hat vielleicht auch ein Teleskoprohr. Allerdings hat man dann einen Riesenkörper von einem Staubsauger, wo dann ein ellenlanges Kabel ist, was allerdings von Raum zu Raum wieder umgesteckt werden muss, weil man sonst nicht weiterkommt. Hier geht das Ganze viel einfacher, nämlich mit einem Akku. Das ist ein Akku-Staubsauger. Bitte hier einfach das Kabel direkt im Haus, Wirtschaftsraum lassen oder vielleicht in Ihrem Keller und dann saugen Sie los. Wir haben hier die Zyklon-Technologie und das ist ein ganz besonderes System. Das heißt, Sie saugen hier auch Filter beutelfrei. Das ist beutelfrei, Sie brauchen sich hier keine Gedanken zu machen, welcher Beutel denn der richtige ist für Sie. Das ist komplett egal, denn die Zyklon-Technologie, die zirkuliert hier einmal den Dreck. Ich nehme das mal ab eben, um Ihnen das Ganze zu demonstrieren. Also hier einmal der Teleskopstab und dann hier, das ist das Herz. Hier befindet sich einmal der Akku. Dieser leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hat eine Ladezeit von circa drei Stunden. Wenn der dann aber einmal geladen ist, dann können Sie wirklich da locker 100 Quadratmeter mitsaugen, wenn nicht sogar zweimal oder dreimal. Das ist gar kein Problem. Dann geht es auch schon los und hier, hier befindet sich das Zyklon-Filtersystem. Das ist vierstufig und wenn ich den einmal einschalte, wird hier einmal der Dreck eingesaugt und direkt hier unten hingepresst. Das Einzige, was Sie machen, Sie müssen den natürlich irgendwann mal leeren und dafür öffnen Sie einfach unten den Deckel und entleeren den über Ihrem Mülleimer. Das war es schon und das ist fantastisch. Ich habe mir die liebe Diana mal mit dazu geholt, damit die mal hier ein bisschen saugen kann. So, ich gebe ihr das gute Stück einmal in die Hand. Das wird dann wieder hier drauf gesetzt. So, und dann geht es auch schon los. So, und wir haben hier einfach mal ein bisschen Konfetti gestreut, damit Sie sehen, wie leistungsstark dieser Staubsauger auch ist. Hier auf glatter Fläche beziehungsweise auf Parkett, auf Laminat natürlich gar kein Problem und dann einmal auf Teppich auch gar kein Problem. Der liegt super in der Hand. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle sagen, für 94,91 Euro kommt er zu Ihnen nach Hause. Das ist der TV-Sonderpreis. Normalerweise liegen wir hier bei einem Preis von knapp 200 Euro. NX 5589 und die 569 ist die Artikelnummer für Ihren 2 in 1 Akkuzyklon-Staubsauger. Und der ist, jetzt bitte halten Sie sich fest, 1,8 Kilogramm schwer. Normalerweise wiegt Ihr Staubsauger, den Sie wahrscheinlich schon zu Hause haben, ich würde mal schätzen um die 4 bis 7 Kilogramm. Denn das ist so das Gewicht, was normale Staubsauger so wiegen. Das ist natürlich schwer und Sie kennen das. Da geht man von Ecke zu Ecke. Dann wird hier mal was verrückt, weil man dagegen kommt. Genau da, Sie sehen es. So sieht es vielleicht auch bei Ihnen zu Hause aus. Sie brauchen sich keine Gedanken mehr zu machen, denn das geht jetzt deutlich, deutlich leichter. 2 in 1, weil Sie einmal die Möglichkeit haben, den natürlich als Bodensauger zu benutzen. Mit diesem Bodenkopf, mit der Bürste, die wir da unten haben. Oder Sie sagen, ich mache einmal das Teleskoprohr, packe das zur Seite, stelle das ab und benutze diesen Staubsauger als Handsauger. Für das Auto natürlich optimal. Und dann auch da bin ich mir sicher, werden Sie die ein oder anderen Problemchen haben und vielleicht viel Geld an Tankstellen lassen, weil Sie da die Staubsauger benutzen und sagen, zu Hause muss das nicht sein, da das Verlängerungskabel wieder rauszuholen, da dann den Staubsauger anzuschließen, zu wissen, dass er zum Beispiel unter der Tür hängen bleibt beim Auto, dass der gegen mein Auto kommt, dass er mir möglicherweise vielleicht auch Dellen oder Kratzer ins Auto bringen könnte, weil ich da versuche, zwischen den Sitzen zu saugen. Das geht hier wirklich super einfach. Sie nehmen einmal hier diesen Zyklonstaubsauger als Handsauger, haben dann die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Köpfen einmal den richtigen auszuwählen. Da haben wir einmal so eine Fugenbürste und eine, die etwas größer ist, um zum Beispiel Polster auszureinigen und zu saugen. Und dann geht es auch schon los. Machen Sie sich bitte um das Kabel keine Gedanken mehr. Wir haben hier einen verbauten Akku, der wirklich leistungsstark ist, mit dem Sie alles aussaugen können, was da im Auto so an Dreck anfällt und natürlich auch zu Hause. Hier sieht man noch einmal gut die beiden Düsen, die mit dazukommen, hier für die Fugen auch mit einem kleinen Bürstchen, welches Sie ausklappen können, um da auch nochmal in die Ecken reinzukommen und alles schön zu saugen. Wenn Sie nur die Fugen aussaugen wollen, reicht diese natürlich auch komplett aus. Und des Weiteren kommt noch so ein kleiner, runder Bürstenkopf mit dazu, ein ovaler, um da wirklich mal die Polster richtig ausschrubben und aussaugen zu können. Das ist möglich. Kabelloser Betrieb und das für 94,91 Euro unter der NX5589 und der 569. Diana macht das auch eine ganze Menge Spaß. Sie sehen, sie steht auf hohen Schuhen, macht das mit einer Hand, weil der nur 1,8 Kilogramm schwer ist. Ich danke dir, liebe Diana und nehme den Staubsauger mal ab, denn was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist wirklich auch besonders. Dieser Staubsauger hat nämlich noch einige weitere Extras. So, ich gehe mal hier hin, um Ihnen das jetzt genauesten zu zeigen. So, wir haben einmal die Möglichkeit, den natürlich als Handsauger zu benutzen, aber jetzt sehen Sie ihn gerade in der Form, wo man die Boden saugt. So, und das Teleskoprohr ist natürlich dementsprechend höhenverstellbar. Das heißt, stellen Sie bitte die gewünschte Höhe ein, die Ihnen passt, wo Sie sagen, da kriege ich keine Rückenprobleme, da kann ich mich nur ganz leicht beugen und da natürlich dann in jede beliebige Ecke reinsaugen. Aber der Clou, der steckt hier auch vorne noch einmal. Und da sieht man wirklich, dass hier Premiumqualität von oben bis unten verbaut sind. Denn dieser Rotorkopf, den wir hier haben, hier unten, der ist mit einer Bürste. Da sehen Sie das, also hier der Bodensauger mit einer Bürste versehen, der zum Beispiel Teppiche auskämmt. Und das heißt, wir reden nicht von normalem Saugen, wo einfach der Staub, der Dreck vom Boden eingefangen wird. Nein, hier wird zum Beispiel, wenn Sie möchten, auch Ihr Teppich direkt mit ausgekämmt. Denn diese Bürste, die rotiert während des Betriebes und geht dann wirklich zwischen die Fasern, um da mal den Staub, den Dreck rauszuholen. Und das ist doch genau das, was Sie brauchen. Die rotierende Bürste, die gibt es mit dazu. Das Teleskoprohr natürlich auch. Die zwei verschiedenen Aufsätze, einmal für den Handbetrieb. Und das für 94,91 Euro. Ein Wahnsinns-TV-Sonderpreis, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Und unter der NX5589 und der 569 kommt er zu Ihnen nach Hause. Und ich garantiere Ihnen, mit diesem Staubsauger macht das Saugen wieder Spaß. Der nimmt auch nicht viel Platz weg. Sie sehen das direkt, das ist alles. Ein Ladekabel kommt noch mit dazu, welches Sie dann einfach hinten einmal einstecken und ihn dann laden, während Sie ihn gerade nicht brauchen. Dann lassen Sie den so stehen. Sie brauchen auch hier keinen großen Platz in der Hauswirtschaftskammer zu haben oder in Ihrem Keller. Oder vielleicht haben Sie Ihren Staubsauger auch direkt immer in der Küche stehen, weil Sie wissen, da passiert mir mal, dass da ein bisschen Lebensmittel runterfällt oder dass da Dreck ist. Oder gerade im Eingang, wenn die Kinder, die Enkel da sind, die treten immer den ganzen Dreck mit rein. Deshalb steht er direkt da, griffbereit. Und dann brauche ich eigentlich nur das Kabel reinzustecken und einmal zu saugen. Mit dem geht das wirklich super. Der passt wirklich in jede Ecke, dank seiner schmalen Form. Und hier, wenn Sie möchten, dann einmal die Möglichkeit, den Handbetrieb zu nutzen oder aber zu sagen, ich verlängere mit dem Teleskoprohr, setze einmal die rotierende Bürste beziehungsweise diesen Kopf auf und reinige dann den Boden direkt. Kein Kabelsalat mehr, nein. 1,8 Kilogramm schwer mit des Akkus. Und das wirklich dann spielend leicht. Normalerweise wird Ihr Staubsauger 4 bis 7 Kilogramm wiegen. Deshalb hier deutlich die einfache Variante. Und nie wieder Beutel kaufen. Also auch Folgekosten, die Ihnen erspart bleiben. Denn hier öffnen Sie einmal die Klappe unten und entleeren Ihren Zyklon-Staubsauger. NX 5589 und die 569 für 94,91 Euro kommt der zu Ihnen. Bitte seien Sie da schnell. Ein begrenztes Kontingent, denn die sind wirklich beliebt. Das ist ein Haushaltshelfer, den möchte man haben. Der liegt gut in der Hand, der spart vor allem einiges an Nerven. Man kann durchatmen, man weiß, ich kann auch mein Auto mal eben aussaugen. Das ist kein großer Aufwand mehr. Ich muss das Verlängerungskabel nicht mehr rausholen. Ich muss nicht mehr auf den Staubsauger aufpassen, dass er mir keine Dellen ins Auto kratzt und fährt. Das ist alles an Sorgen weg. Und der ein oder andere mag jetzt aber auch sagen, selbst das, das ist eine ganze Menge Luxus. Das ist mir schon bewusst, dass ich hier kein Kabel mehr habe und keine Beutel mehr. Und die Möglichkeit habe, mit der Hand zu saugen oder auch den Boden. Aber eigentlich will ich gar nicht mehr saugen. Saugen hat mir noch nie Spaß gemacht und ich mache es eigentlich nur, weil es gemacht werden muss. Obwohl, ich weiß eigentlich, dass ich meine Zeit deutlich besser nutzen kann und dass ich vor allem dieses ganze Boden saugen ja von selbst machen lassen möchte. Das nächste Produkt, das ist wie prädestiniert für Sie, denn es geht um einen Staubsaugeroboter. Und das in der Premium-Variante. Das heißt, hier können Sie getrost sich zurücklehnen und brauchen gar nichts mehr machen, außer die Starttaste zu drücken. Ich hatte den zu Hause, bin absolut verliebt in den und habe auch gesagt, ich muss das mal ausprobieren. Denn ich kann natürlich verstehen, gerade die Damen, die ja immer darauf achten, dass alles wirklich gesaugt ist, in den Ecken, unter dem Bett zum Beispiel, die sagen dann, schafft so ein kleines Gerät das auch so, wie ich das gerne hätte. Ja, die gleichen Bedenken hatte ich auch. Ich hatte ihn zu Hause und ich bin hin und weg, wirklich. Das ist das gute Stück hier einmal. Das ist der Premium-Staubsaugeroboter und der ist wirklich hervorragend. So sieht er aus. Wunderschöne, in einem weißen Design, ganz flach gehalten. Das möchte ich Ihnen direkt zunächst mal zeigen. Der ist ganz, ganz flach und das ist natürlich optimal, denn der fährt auch unter Ihre Schränke. Der fährt unter Ihr Bett. Der fährt eigentlich überall drunter, auch unter die Couch, wenn die Couch ein bisschen höher steht und reinigt da alles. Und zunächst habe ich ihn einmal bei mir saugen lassen und dann hat er auf einmal nicht mehr weitermachen wollen. Was habe ich natürlich zunächst gedacht? Mein Gott, ja, von wegen Staubsaugeroboter und Premium-Variante, der saugt ja jetzt nicht mal. Ist er jetzt schon überfordert? Habe ihn hier geöffnet über den Push-Button und habe hier einmal dieses kleine Staubbehälterchen gesehen. Und das war bis oben hin voll. Bis oben hin. Ich kann Ihnen sagen, ich schiebe jetzt auch nicht jedes Mal beim Saugen das Bett zur Seite oder die Couch zur Seite. Das macht man ab und zu mal, aber wenn es mal schnell gehen soll, dann geht das einfach nicht. Und genau in diese Ecken, wo ich normalerweise nicht so oft und nicht so gründlich sauge, da ist er hingefahren und hat alles rausgesaugt. Und der war so voll, dass ich mich geschämt habe. Habe den dann natürlich wieder schnell entleert und eingepackt und ihn weiterfahren lassen. Und natürlich hat er weitergesaugt und das wirklich wunderbar in jeder Ecke. Ich zeige Ihnen den mal von unten, damit Sie den sehen, wie der funktioniert. Das Besondere bei diesem Staubsaugroboter ist, ist, dass er Sensoren hat. Und die Sensoren erkennen umliegenden Staub zum einen und natürlich auch, wenn da Gegenstände sind. Wenn jetzt zum Beispiel eine Vase irgendwo im Wohnzimmer dekorativ steht oder wenn Sie da einen Schrank stehen haben, dann fährt er da nicht mit voller Wucht gegen. Nein, dann haben wir hier Sensoren, die das Ganze einmal sehen und dann dementsprechend einmal wenden. Hier wird der Staub eingefangen, einmal eingesammelt und wird dann einmal hierhin transportiert, wo er dann oben einmal eingesammelt wird. So, genug geredet. Jetzt lasse ich ihn mal putzen, drücke hier auf Clean und dann legt er gleich auch schon los. Da kommt so eine Station mit dazu, wo Sie den einmal aufsetzen, wenn Sie möchten. So kommt er zu Ihnen nach Hause, dann fährt er los und dann fährt er automatisch zur Ladestation. Ist das nicht phänomenal? Der fährt automatisch zur Ladestation und lädt dann wieder sofort auf und fährt weiter. Also wunderbar, für 161,41 Euro kommt er zu Ihnen nach Hause unter der NC 5724 und der 569. Das ist ein Produkt, was auch von unseren Kunden wirklich empfohlen wurde, wo die Kunden gesagt haben, das ist ein Produkt, das ausgezeichnet ist. Der Roboter-Staubsauger ist ein hervorragendes Produkt, macht seine Arbeit sehr gründlich, einfach in der Bedienung und in der Zeit, wo er saugt, kann man schon wieder andere Sachen verrichten. Das sagt Dieter B. aus Finsterwald. Und Dieter hat natürlich absolut recht, denn die Zeit, die man normalerweise nutzt, um zu saugen, um zu reinigen, die kann man hier anders nutzen. Da kann man sich entspannen und vor allem zurücklegen. Und Sie sehen, hier saugt er auch schon wieder. Der ist schon einmal unterwegs hier bei uns im Studio. Und jetzt werden Sie sehen, der sieht automatisch, wo er aufhören muss. Und das nicht nur, wo Schränke sind, sondern auch, wo es ein bisschen tiefer runter geht. Hier auf dem Teppich fährt er auch vorbei. Ich hole mal was Konfetti, um Ihnen zu zeigen, wie toll der aufsaugt. Der fährt automatisch zur Ladestation wieder zurück. Das heißt, hier brauchen Sie sich auch keine Gedanken darüber zu machen, ob der wirklich ausreichend geladen ist, ob da genügend Akku ist. Der saugt automatisch. Und wenn Sie möchten, dann haben Sie auch die Möglichkeit, über eine Fernbedienung, die Sie mit dazu bekommen, ein Putzprogramm zu machen, auszuwählen, wann der was putzen soll. Und bitte schauen Sie, der fährt einmal über das Konfetti drüber und schwuppdiwupp ist alles weg. Hier sind die Stufen, da erkennen die Sensoren. Okay, da geht es bergab. Dann drehe ich wieder um und fahre in die andere Richtung. Und schauen Sie bitte, wie er sich mit dem Staub und dem Dreck wirklich futtert. Denn hier kommen einmal diese wunderbaren Bürsten, die den ganzen Staub, beziehungsweise in diesem Fall das Konfetti einmal aufsammeln. Automatische Steuerung mit neuen Sensoren. Der erkennt, wie gesagt, Stufen, der erkennt aber auch Gegenstände. Wir haben einen Behälter mit 0,4 Volumen. Und da wird dann einmal der Staub, beziehungsweise der Dreck, der auf dem Boden ist, aufgesammelt. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist natürlich ab und zu hier diesen Behälter auszulehren. 24-Stunden-Timer, den Sie anwählen können mit der beigefügten Fernbedienung. Und dann fährt er automatisch wieder zu seiner Ladestation, zu seinem kleinen Zuhause, wo er dann wieder Kraft tankt für den nächsten Durchgang. 161,41 Euro für Luxus, den Sie bekommen. Für Luxus, denn Sie, Sie brauchen Ihr Bett nie wieder zu verschieben. Sie brauchen Ihre Couch auch nicht mehr zu verschieben. Sie wissen, dass Ihr Premium Reinigungs- und Staubsaugeroboter, dass der immer bereit ist. Und wenn Sie arbeiten sind, dann programmieren Sie ihn mit der Fernbedienung so, dass er genau in dieser Zeit putzt, damit Sie nach Hause kommen. Und es aussieht, als wäre eine Putzkolonne da gewesen, die Ihren Boden wirklich überprüft hat, die gesaugt haben auf dem Boden. Sieben Tage Putzplan, den können Sie programmieren, wenn Sie möchten. Ansonsten drücken Sie einmal auf die Starttaste, wenn Sie nach Hause kommen und lassen den alles sauber machen. Also das ist ein wahnsinnig tolles Lebensgefühl, was man hier bekommt. Für 161,41 Euro. Man hat nämlich wirklich wieder Zeit durchzuatmen. Man kann sich einfach anderen Dingen widmen. Man kann zum Beispiel lecker kochen in der Zeit, wo man normalerweise Staub saugen würde. Man kann auch einfach mal die Couch stehen lassen. Man kann das Bett stehen lassen, wenn man keine Lust hat, dazwischen zu saugen. Man weiß allerdings, alles ist sauber. Und genau das ist phänomenal. Also ich wollte ihn nicht wieder abgeben. Sie sehen, der erkennt wirklich die Stufe und fährt auch kein Stück zu weit hinaus, sodass er da die Möglichkeit hat, umzukippen. Der wird Ihre Vasen nicht kaputt machen. Der wird nicht gegen Ihre Schränke fahren. All die Dinge, die wir mit unserem Staubsauger normalerweise anrichten, weil man dann mal eben rucki, zucki, schnell, schnell alles sauber machen will. Und pong, pong, pong haut man gegen die Tür. Dann kommt man mal gegen die Vase. Dann kratzt man mal eben mit dem Staubsauger an der Vitrine vorbei. Das passiert hier nicht, denn er geht behutsam mit Ihren Möbelstücken um. Neun Sensoren, die einmal erkennen, okay, wo ist denn was? Wo muss ich wieder umdrehen? Und vor allem, schön ist auch, dass das Ganze ein bisschen abgedämmt wird. Denn hier vorne, da wird das Ganze wirklich super ein bisschen abgefedert. Das heißt, wenn der auf irgendeinen Gegenstand zufährt, dann kann er wirklich noch mal kurz, ja, kurz andocken und fährt dann wieder zurück. Aber das ist wirklich super sanft. Top Kundenauszeichnungen. Ich muss es an dieser Stelle noch einmal sagen. Der fährt selber zur Ladestation und putzt dann anschließend weiter. Das Einzige, wo er wirklich was sagt, ist, wenn einmal dieser Füllbehälter voll ist. Und das ist das, was man wirklich dann nicht übersehen sollte. Also der wird dann nichts mehr machen. Dann wissen Sie ganz genau, okay, ich nehme den einmal hoch, leere den 0,4 Liter Füllbehälter aus und dann fährt er auch schon weiter. Und Sie sehen bitte, hier liegt fast nichts mehr an Konfetti. Hier ist überhaupt gar nichts mehr. Denn der sucht sich seine Wege, der fährt komplett alles ab. Ich habe auch währenddessen gekocht, als er rumgefahren ist. Ich habe ihn einfach gelassen, habe ihn machen lassen, habe keinen Putzplan oder dergleichen da programmiert, sondern ihn einfach machen lassen. Und war nachher ganz erstaunt, dass er wirklich jedes Krümelchen vom Toastbrot zum Beispiel aufgesaugt hat. Dass er alle Fusseln, die auf dem Boden waren, aufgesaugt hat. Die hat er selbst gefunden, er hat nichts kaputt gemacht, er ist nirgendwo runtergefallen. Das ist wirklich Premium-Qualität und vor allem Premium-Lebensgefühl. Was Sie bekommen, automatische Steuerung mit neuen Sensoren. Und wenn ich den jetzt einmal ausmache, dann fährt er automatisch zu seiner Station zurück. NC57, 24 und die 569. Sie sehen hier noch einmal verschiedene Reinigungsmodi, die Sie auswählen können. Ein extra flaches Design, 24-Stunden-Timer und die Autosteuerung mit neuen Sensoren, wo er dann die Stufen erkennt oder Hindernisse fast berührungslos umfährt. Für 161,41 Euro kommt der Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause. Und an dieser Stelle möchte ich bitte noch einmal erwähnen, bald ist Weihnachten. Und damit macht man den Frauen wirklich auch ein riesiges Geschenk. Denn gerade wir Damen, wir sagen ja immer, dass das unsere Aufgabe wäre, alles sauber zu machen, alles zu reinigen. Und wenn man da dann gerade auch als Mann sagt, ich habe was Besonderes für dich, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und ich weiß auch, dass das eine ganze Menge Lebensqualität ist, die ich dir hier schenke. Und ich packe dann so einen Premium-Staubsaugroboter aus. Also da kann man vor Glück einfach nur weinen. Das muss ich an dieser Stelle wirklich noch einmal erwähnen. Das nächste Produkt, welches hier vorbereitet steht, da geht es um Gesundheit. Und auch um den Haushalt, denn wir verbringen ja sehr viel Zeit bei uns zu Hause. Und genau da legen wir ja auch Wert darauf, dass wir uns wohlfühlen. Genau deshalb saugen wir und schauen, dass der Boden sauber ist. Wir kaufen Dekoration, um uns da wohlzufühlen, um da durchatmen zu können und uns erholen zu können von dem Arbeitsalltag, den man hat. Das Problem ist allerdings, dass vielen Personen gar nicht bewusst ist, wie die Luft zu Hause eigentlich ist und wie sie aussieht. Denn gerade wenn sie am befahrenen Straßen wohnen zum Beispiel, werden sie sehr wahrscheinlich sehr viele Schadstoffpartikel in ihrer Luft haben. Und die atmen sie die ganze Zeit immer wieder ein. Bei Lebensmitteln, da macht man sich schon eher Gedanken darüber. Schäle ich die, wasche ich die, koche ich sie vielleicht ab, um da alle Bakterien und Viren zu töten und die dann im Endeffekt zu verzehren. Allerdings natürlich nicht gesundheitsgefährdend. Bei der Luft macht sich der ein oder andere keine Gedanken. Die nehmen wir leider nicht oft bewusst wahr. Die ist einfach da. Wir atmen die ganze Zeit unbewusst ein und aus. Und das ist dann nun mal so. Es kann allerdings sein, dass irgendwann mal Allergien aufgerufen werden, beziehungsweise dass man Irritationen zum Beispiel an der Haut mitbekommt. Dass die Augen was brennen, dass man Entzündungen hat zum Beispiel. Oder dass man sagt, Kopfschmerzen, Müdigkeit, die plagen mich schon seit längerer Zeit. Eigentlich schlafe ich genug. Woran liegt es denn dann? Es kann an der Luft liegen, denn die Luft sollte gereinigt werden. Und das ist wirklich etwas für die Gesundheit. Das ist etwas, was man zu Hause haben sollte. Und für 18,91 Euro hat man hier mit wenig Investitionen wirklich hocheffektive Luftreinigung. Und das mit der Ionisator-Technik. Unter der NC 5328 und der 569 kommt der hocheffektive Luftreiniger zu Ihnen nach Hause. Aus dem Hause Nugent Medicals. Der wirkt auf 100 Quadratmetern Fläche. Das heißt, wenn Sie eine Wohnung, ein Haus haben, was circa 100 Quadratmeter Fläche hat, dann ist der genau der richtige. Um zum Beispiel Luftschadstoffe, Umweltgifte, Feinstaub, Tabakrauch, Pollen oder Bakterien aus Ihrer Raumluft zu entfernen. Und hier haben wir das Ganze mal veranschaulicht für Sie. Der zieht hinten Ihre verunreinigte Luft einmal ein, die mit Staub belastet ist. Wo Milben sind. Bitte im Schlafzimmer. Sie wissen ganz genau, was da in den Matratzen lungert und wartet oder in den Kissen, in den Decken. Zigarettenrauch. Wenn Sie vielleicht in Ihrer Wohnung rauchen. Viren und Bakterien, die sowieso überall sind. Gerade auch beim WC zum Beispiel. Da hat man ja ein paar mehr Bakterien und Viren und deshalb putzen man ja da auch deutlich mehr. Allerdings nicht die Luft und natürlich Pollen, die sowieso in der Luft sind. Das alles führt zu Allergien, Kopfschmerzen, Irritationen der Haut und Augen, Konzentrationsverlust und Müdigkeit. Die Hilfe ist der Luftreiniger mit Ionisator-Technik. Denn der, der spendet Ihnen wirklich gereinigte und schöne Luft. Einmal dank des Ionisators mit Millionen von Anionen angereicherte Raumluft. Und das können Sie sich genau folgendermaßen vorstellen. Sie wissen, wir hatten eine lange Hitzeperiode und irgendwann kam es mal dazu, dass es so richtig gedonnert, geblitzt hat und vor allem geregnet hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie genauso agiert haben wie ich und als erstes mal die Fenster aufgerissen haben und richtig tief durchgeatmet haben. Ja, genau dieses Gefühl bekommen Sie mit der Hilfe des Ionisators jetzt zu Ihnen nach Hause und natürlich immer abrufbereit, wenn Sie so möchten. Denn die Raumluft wird ab jetzt mit Millionen von Anionen, sprich negativ geladener Ionen, angereichert. Und genau das ist das Gefühl, was Sie von diesem wunderbaren Sommergewitter dann kennen. Der ist einmal hier verbaut und natürlich der Luftreiniger sowieso. Hier haben Sie einen Permanentfilter, der hier oben einmal rausziehbar ist. Und der lädt dann elektrostatisch Pollen, zum Beispiel Staub an, zieht die hier an. Und Sie werden relativ schnell sehen, dass hier wahrscheinlich alles voller Pollen und Staub sein wird. Das Einzige, was Sie dann bitte machen, ist, Sie überprüfen ab und zu den Permanentfilter und waschen den unter heißem Wasser einfach aus. Einfach unter heißes Wasser laufen lassen, dann wird er wieder sauber und dann zieht er weiterhin elektrostatisch all diese Staubpartikel aus Ihrer Luft. Bis zu 90 Prozent der Keime werden unschädlich gemacht. 10 bis 20 Mal haben wir hier eine geringere Ionenkonzentration, normalerweise bei der Raumluft. Und das ist natürlich die Folge von Unwohlsein. Also hier alles in allem gepaart. Keime werden unschädlich gemacht. Dann werden Pollen und Rauch neutralisiert. Die kompakten Maße hier einmal zwei Stufen, die Sie auswählen können. Whisper-Funktion und die Turbo-Funktion. Je nachdem, ob Sie jetzt schlafen zum Beispiel und sagen, es soll wirklich leise sein. Oder Sie sagen, Turbo-Funktion, ich möchte jetzt mal kochen und will, dass der Frittiergeruch weggeht. Denn auch das ist möglich. Das ist hier so eine kleine Anekdote nebenbei. Wissen Sie, von wem das ein Geheimtipp ist? Von Gebrauchtwagenhändlern. Gebrauchtwagenhändler, die stellen die immer in Raucherautos rein. Weil Sie wissen, nach circa zwei bis drei Tagen ist der komplette Tabakgeruch, der komplette Rauch, der da von den Zigaretten drin ist, der ist weg. Also das heißt, Sie nehmen den Ionisator, packen den ins Auto, warten zwei Tage und wissen, dass Sie danach ein Auto haben, was Sie als komplettes Nichtraucherfahrzeug verkaufen können. Und ich glaube, das spricht Bände. Denn das wird auch bei Ihnen zu Hause passieren. Also mit Millionen von Anionen, angereicherte Raumluft, eine gereinigte Luft, die Keime und Viren unschädlich macht. Dann haben Sie die Möglichkeit durchzuatmen und vor allem natürlich auch unangenehme Gerüche hier wirklich direkt in der Ursache zu bekämpfen. Unter der NC 5328 und der 569 kommt er zu Ihnen nach Hause. Das ist wirklich ein Produkt, was man zu Hause haben sollte. Man kann natürlich auch zwei oder drei bestellen, wenn man sagt, gerade im Schlafzimmer, wo ich schlafe, möchte ich nochmal separat einen haben, weil ich da nicht garantieren kann, alle Türen zu öffnen. Und vor allem soll die Luft richtig gereinigt werden. Ganz egal, ob es die Luft ist, die bei Ihnen gereinigt werden soll oder der Boden. Mit diesen Produkten geht es wirklich in Handumdrehen. Ganz egal, ob es der 2-in-1-Zyklon-Staubsauger ist oder vielleicht haben Sie sich auch für den Staubsaugroboter entschieden. Da kann man Ihnen nur herzlich gratulieren. Ich wünsche Ihnen eine ganze Menge Spaß und Sie werden den Haushalt wieder lieben. Das ist eine ganze Menge Spaß und Sie werden die Luftgewehr verwendet.